Ah, genau, Jungsuit. Ja, nichts Besonderes. Also, naja. Nee, ich krieg das nicht hin, so wie ich's will. Nee, das ist scheiße. Ich bin echt schlecht im Geschenke einpacken. Gehst du gleich raus? Ja, ich geh gleich zum Geburtstag, deswegen packe ich hier schon die ganze Zeit Geschenke ein. Am Wochenende, also ich lauf halt bei der, die heute Geburtstag hat.